So, jetzt ein Schatz, kommen wir da vorne hin, so rüber, genau, da so rein, so, genau, Handbremse rein, so, neue tolle Seilwinde, da musst du auch schon aushängen, schau. So, zieh mal, das ist super, dann marsch das jetzt da einmal rum, hängst du da vorne wieder rein, ich weiß nicht, okay, ja, warte, jetzt, hängst du an das Seil hin, oder machst du so rum, genau, Spitze. Ich hoffe nicht, halt das, so, halt, nein, 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 nicht mit kurbeln, hey, tun rückwärts rausziehen, da brauchst du richtig Kraft, rückwärts einfach rausziehen, der Hummel. Ja, cool, weiter, okay, warte mal, hängt er noch, warte, Hälfte, warte, nicht, weiter, jetzt zieh weiter, super, zieh raus, super, 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 Das hat das Omi jetzt gar nicht gesehen, hm, das hat das Omi gar nicht gesehen, super, der nächste auch noch, ich zieh den auch nicht, hm, ja, den, aber den tue ich jetzt einfach mit ohne sägen, okay, ja, der schafft ja schon allein, meinst du, das schafft ja alleine, ich hab da schon ein starker Boulder, so wie der Halle, okay, dann rollen wir den Seilwind wieder auf, hat die Halster, dann kannst du rollen, super, haaarock, irgendwas da oben ein, das ist besser, glaube ich, cool, also, fahrst du nochmal da hin, oder? Was, oh, jetzt kurz, musst du ein Stück vorfahren? Geht doch so, so? Ja, prima, älter. Willst du einkorpeln?